Hallo Mitspieler, mein Name ist Dallowright und ich begrüße euch zur 85. Episode dieses Grand Theft Auto 5 Let's Plays. Wir haben gerade einen Auftrag ausgeführt. Wir sollten diesen Truck klauen, der fuhr im Konvoi, wurde von zwei Jeeps und Militärleuten bewacht. Ja, und die mussten nur leider, na ich sage mal, ganz salopp erschießen. Da gab es einen kleinen Kampf und nun haben wir den LKW. Und der LKW war ein Top-Schuss, als wir ihn übernommen haben. Zum Wenden über den Acker und dann platzt da hinten links ein Reifen. Uncool. Weg. Ja, und jetzt sollen wir die Karre ins Meth-Labor fahren. Und da vorne ist es schon. Ist hier nicht die Straße, der Zubringer zum Labor? Ah, da vorne noch links. Alles klar. Da wären wir jetzt hier drin, oder? Äh... Ah, ja. Hätten wir das? Ah, we're... we did it! Wer standen? Militausrüstung. Kopfgeldiger 3 von 5 klebt und knallt. Haftbomben war eine Idee, die nicht funktioniert hat, oder die einfach nur schlecht ausgeführt war. Gut, dann ruf doch mal deine Kumpagnons an und sag Bescheid. War doch sonst immer so. Ah, da passiert's. Oder Lester ruft da an. Ähm... Würde die Kayane drin gehen? Woher da vorne... Ja, jetzt so. Liquid Midi-Pack. Äh... Meet me at the lab. Und wir sind im Lab. Da blinkt doch irgendwas mit Haar. Und dann beginnst du ein bisschen verrückt mit Haar. Mit ihr mit ihr? Sie ist... Sie ist eine 60-jährige Frau. Sie ist 57 Jahre alt. Und... Sie denkt... ... dass ich mature bin. Ja, aber ich sage dir was. 30 Jahre lang von Verkauf zu der Welt's angriest, mein Boss... ... würde machen jemanden verrückt. Du machst meine Situation viel einfacher. Oh, da ist eine Überraschung. Ich wusste, was wird von dir sein. Ich vermute meine Familie. Oh, du bist voll von Schein. Alles, was du gemacht hast, war es ignorieren. Und jetzt, dass sie weg sind... ... du siehst! Das ist unglaublich. Ich erzähle dir, was ist unglaublich. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Ey! 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 Ah, hört sich nach dem nächsten Bruch an. Jetzt ist die Bank dran, die wir ausbeulobert haben. Ja, gut, Mann. Was war die Tate? Scheiße, ich weiß nicht, Mann. Ich kann mich nicht erinnern. Komm schon. Jeder erinnert sich ihren ersten Schiff. Scheiße, nicht ich. Mann, Mikey, Mann, was war dein ersten Bank? 88, auf der Karte von Karser City. Ich habe eine kleine Franchise für 10G. Die Dinge waren leichter dann. Ja, 25 Jahre lang. Jesus! Jesus! Jeff, will you tell these gentlemen about your first job? Tee, Mann. You could just as easily. You tell them. I'll do a sanity check. Trevor, the ultimate judge of sanity. Well, it was, uh, part of the interview process, I guess is how you call it. Trevor knew I could cook. I wanted to see if I could handle myself. This cash for gold guy comes through town. That's the reason he had funds. Next thing we're burying him and his bodyguard in the junkyard. Well, most of them anyhow. 50K. He did fine. He's better at all aspects of the job now. From killing to dismemberment. Dismemberment. Nice. I told you I don't remember the details, man. Leave him alone, Trevor. This is an important moment, Michael. Here we are, on our way to almost certain death, bonding, pouring our hearts out, and this guy is sitting here, soaking it up and giving nothing in return. Hey, if he don't remember, if he don't remember, I'm supposed to trust this man with my life, and he don't trust me with the details of his first bank job. Well, how about you? Why don't you share with the group? I'm here. I'll back the facts. That checks cash place? I went in, took him for eight grand, walked out. Yeah. It was a bit more complicated than that, though, wasn't it, T? Maybe I knew the guy. Maybe he ID'd me. Maybe you did six months. Maybe I was out in four, and that children is why we don't leave witnesses. That children is why you don't rob people that you know. Franklin. Share. Yeah, come on, kid. It can't be worse than Trevor's. All right, man. Shit. Okay. The score was like two stacks, man. 2G? Take home on your first gig? Look, that ain't bad, man. Man, the whole score was two stacks. Only I didn't see none of that shit. Dot pack went off, home. Money was useless, then. Dot pack? Ha, 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 ha. You amateur. I knew I shouldn't have told you shit. Hey, Franklin, we all gotta start somewhere. Last time I'll tear your ass something. Ow, come on. Don't be so cool, man. Learn to laugh at yourself. You're in danger of turning into this man. Who? Me? Yeah. You. Wouldn't laugh, wouldn't hang out. I've got my work. I've got my life. And never the two shall meet her. We're risking our asses. We gotta be family. How about that, die pack? Man, fuck you. Sense of human. Hey, let's just do this thing, all right? Yeah, the gentlemen. Alright, Frank. We're gonna drop you up here, okay? When you hear it kick off, get ready, because we're gonna want to go ASAP. I'm gonna get away, man. I'll do it. Oh, I can't cut you off. I'll do it. I'll do it. I'll do it. Okay. Oh oh, Trevor wird erzählt und wird er sich bis an sein Lebensende anhören dürfen. Ich hätte den Wagen vorher drehen sollen. Aber wir wären sicherlich über den Wasserturm. Na? Kann nicht rennen. Das Skriptmonster. Kanter? Nur Michael machen gerade. Ich habe keinen anderen Plan, was ich machen soll. Ich bin ein Wagen. Okay. Du hast die Leute. Die Autos werden hier bald. Also müssen Sie sich anschauen. Auf dem Boden. Auf dem Boden. Kuck mal, Em! Ever meet this alarm guy? Fuckin' shoot him. Eh, not if I get to him first. Yeah. Stay back! We got hostages! Fucked. Tell the sheriff the 2-11 is confirmed. We're gonna need everything we got down here. Hey. Hey. Sheriff's here. We never could have beaten that response. There's other ways of beating it. You know, you're surrounded, so you ain't getting a ride to the airport. I don't care if they surrender. I'm killing me some bad guys. Now let the hostages go, and, uh, we'll talk like gentlemen. Time to face the music. Was soll das denn? Ne Railgun. Wo denn? Wo denn? Wo denn? wo denn die Jungs? Wo denn? Wo denn die Jungs? Wo denn? Wo denn die объектen waren? Die sind halt nicht rausgekommen. Die sind rein in den Jungs. Die sind mit den Zahelions. Die sind mit dem Zahelions. Incoming Ich will aber bei der Railgun bleiben Was ist los hier? Ich sehe überall blinken, aber ich sehe keine Typen Wo sind denn meine Jungs? Oh, jetzt komme ich hier nicht hoch Ich rufen hier von Garten zu Garten Hey Frank, we need another escape route Can you find a vehicle? Something might stand up the gunfire There's some construction around the way Hi Just what we need More heat Can you see these guys? Oh jeez Are you seeing this? Stay behind it We gotta push through this roadblock Look out Naid die Yeah, die 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 Oh 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 Das ist krass, ich sehe da unten auf deinem Map Punkte, die ja nicht da sind. Oh oh. Hey, hey, through here, run along! Ah, five! Yes, he was. You wanna fight someone, play the game or not? Ah, shit! The fucking army! I knew all the bricks had connections to the military. War vehicle! So this is where our defense spending goes. Corrupt government scumbags! Just back the fuck off a minute! The whole federal operation is screwed! This ain't got shit to do with you! How the fuck is Uncle Sam involved? Dreckung wurde komplett überbewertet. T-T-T, man! They're flying in the tank! Tank? Like right now! If we all go, they'll get behind us. How about I push this way while you link with Franklin? Then we get out separate! Sounds like a plan! T, you guys good! Hey, I thought that was paying out for another idiot! All we gotta do is hold this position until Franklin gets here! Easier said than done! Yeah, where are ya? We're losing us by the second! Let's go! What? 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 Awww... Sit tight, man! Hey, here we go! You okay? I ain't dead yet! I'm on my way! I'm on my way! Citizens recording 503 at... No way. Instructions right? No way. Take cover, dammit! Don't be fucking with me! Who else would be fucking this up? No! Don't get digger! Hey, asshole! Hey, asshole! Hey, asshole! Hey, asshole! Hey, asshole! Hey, asshole! Hey, what have I done? Na, wie soll ich denn hier durchkommen, Leute? Na, wie soll ich denn hier durchkommen, Leute? Na, wie soll ich denn hier durchkommen, Leute? Die kleinen, nervigen Ameisen! Oh, oh, links! Oh, oh, links! culox-D Ryically Na hat ja, so... Es ist ja scriptet, kann ich nichts machen? Ne, du hast ja keine keine SpotifyThis roll Assassin. Wie, war Schaffe hoch? Ich krieg die Schauf in die Uhr. Oh, noch ein Tank. Wohin? Die Schifte! Sie sind alle über uns! Schau sie auf! This way, durch die Weihau! Stay behind me, kid. I got the armor. I'm starting to feel underdressed, dog. Use me as cover, Frank. You don't wanna get out front. I'm fine. Let's keep moving. Hey, Frank, you good? Don't worry about me, just keep moving. I need cover, now. If I'd known you'd be this annoying. T-Lab, come in. I'm trying to hold these guys, where are you? We ducked it to a chicken factory to get away from the tanks. Chicken factory? Oh, I see it. I'll try to head off anyone who looks like they're going in. You holding on, F? I'll look after myself, man, go! Fuck off, all red! There's even more of these thrusters! Hold back! I'll try some cover! That ain't even fair! That ain't even fair! I'm not for sure! I'm not for sure! I'm not for sure! Just fuck off already! How many dudes they got in this prime war? The train! It's our only shot! F, how you doing? I'll be fooling when we out of this. There's a ground team on the way to the factory. I might be able to get the job on them. All right, you do what you can do, Chef. I'm glad you got hired for the job. There's some guys trying to get in here. Chef's holding them off. Might give us the window. We need to jump a train. Anscheinend ich nicht. Hey, let's get that train! A couple more minutes! Wo lang, Leute? Irgendwie doch da hoch? Just hold them back! Ach, that's schon der Bahnsteig. Okay. Give us a minute! I think they think there's more than one of me! They're pulling back! Okay. Hey, slip out of town and call Lester for instructions. I got news! You're wasting the Trevor Phillips Inc, my friend! Chef Con is a break, people! Let's get our train! Look out! They're in the warehouse! Let's hop the train! Come on! Here we go! Right here! Come on! Hey! Jetzt habe ich gar nicht mitbekommen, wo ist Nummer 3? Dieser Chefkoch geblieben? Der ist draufgegangen oder was? Oh! Wie lang. Hahaha. iced? And Raj... ...z Salvini... Ham mal! Oh ha ha! Philip Leder, wievle ich auch i けど ich mit einbegle segue! trochę! Wof! Wof! Ja聞 dein Sch scored? Ein Sch lismer! Ungere ich mich kellen! Schon mal die Welt! He he he, we should probably split up, they're gonna be looking for a three. Oh, the blood we spill for the security of this country. Come on, Franklin. Man, I'll holler at you home. He he, man. Seafelt, serious? He he, man schneiden im Ernst. Ach, ihr seid schon eine Truppe. Opelbefall ausgeführt, was haben wir denn bekommen? Schauen wir mal, Anteil, FIB, 6 Millionen. Und jeder hat 444.000 bekommen. Missionszeit 18 Minuten, kollaterale Schaden 2 Millionen. Naja, aber wie auch immer hat das Ding in Paleto am Ende erfolgreich ausgeführt. Und das ist auch das Ende dieser Episode, Leute. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Ein Daumen hoch würde mir auch sehr helfen. Und benutzt den Kommentarbereich, wenn ihr Fragen habt. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.